hi ich bin wieder heute am rhein werde versuchen zahner zu fahren mit grund grund habe schon wie man die fahnen bei der rote sind schon mit grund auf zander ausgeworfen eine wie man nicht so weit und ein da etwas weiter bis zum strömungskante so toll ist heute hier tolles wetter tolle wolken ok warten wir auf zander ist leicht so 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 halber so Die Bisse ist in der Grundel oder ein Stück in der Grundel. Das ist auch toll. Und das ist Alexander. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.